Guten Tag zusammen, ich bin Marius Gamp, ich bin von Café Royale und ich freue mich riesig, dass ich heute den GewinnerInnen überrasche, von der Kategorie «On the Move». Ich hatte aber das Gefühl, es ist relativ invasiv übergeschossen auf Europa. Hey, überraschend! Oh! Ganz, ganz herzliche Glückwunsch zum «On the Move». Sie, ganz, ganz top! Wirklich? Das ist super! Hey, ganz herzliche Gratulation! Hey, das ist super! Oh, ich freue mich riesig! Das ist lässig! Oh, wow! Oh, wow! Oh, oh! So! Jetzt kannst du natürlich auch dein Team dazu herholen. Jetzt hole ich mein Team, natürlich! Mit Alkohol! Mit Alkohol! Mit Alkohol dazu! Rosa! Oh, das ist riesig schön! Ich bin gerade ein wenig sprachlos. Hey, schau mal! Wir haben etwas gewonnen, komm her! Ja! Wir haben den «on the move» gekonnen! Oh, das ist so gut! Oh, schön! Oh, wir sollen schnell kommen! Oh! Oh, schön! Mit einem innovativen Food-Service-Produzenten wie wir sind, ist es ganz wichtig, dass wir auch innovative Konzepte fördern und unterstützen. Und dementsprechend matcht das für uns perfekt. Jawohl! Ganz herzlichen Glückwünsche auch nochmals von der Seite Café Royale! Ah, sehr cool! Ein wunderschöner, fetter, mit dem italienischen Temetz-Maschinen! Mal! Kurzer Moment der Überraschung und der grossen Freude! Ja! Super! Super cool! Mega stolz! Mega stolz! Danke schön!